Paris Hilton ist wieder allein. Die Hotel-Erbin war eigentlich noch vor kurzem total in den Schweizer Millionär Thomas Gross verschossen. Allerdings soll nun alles wieder vorbei sein. Schon vor einem Monat sollen die beiden beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. Ein Sprecher bestätigte, dass die Trennung einvernehmlich beschlossen worden sei und die beiden nicht weiter darüber sprechen möchten. Natürlich soll die Entfernung der beiden zu schaffen gemacht haben, wie ein Insider verriet. Und das, obwohl Hilton sogar in eine Schweizer Kleinstadt gezogen ist, um ihrem Liebsten näher zu sein. Zuletzt sprach sie immer wieder davon, wie gern sie Kinder und eine Familie hätte. Fast hätte sie auch die Schweizer Staatsangehörigkeit erwogen.